So, wir machen direkt weiter und suchen uns wieder Katzen zum Umhauen. Also alle Katzenfreunde zu Hause. Wir sind natürlich auch große Katzenfreunde und wir würden niemals im Leben einer Katze was zu Leide tun. Nie. Oßer halt denen hier. Ja, die ist ja ein bisschen... Die ist nicht nur klein, die ist sogar fast quasi unsichtbar. Ja, durch das Weiß auf Weiß mit durchsichtig und Weiß und so. Und daher ist sie als hinterhältig zu bewerten und muss leider den Weg allen Vergänglichen gehen. Auch da ist ja schon wieder Darkness Falls. Oh, Darkness Falls, na sowas. Da fällt mir ein, dass wir so gucken, ob inzwischen auf ist. Nö, Hips haben immer noch... Die Hips haben auch gerade, äh... Sag mal, hatten nicht, äh, vorhin als wir geguckt haben, die Alps Darkness Falls? Das ist Hips. Ich glaube, die Hips haben gerade aufgeräumt bei sich zu Hause. Aber wenigstens habe ich hier gerade ein bisschen Zirkus mit so einem Kasper. So, du ärgerst meinen Brause. Da, friss und stirb. Da kannst du auch noch so rumzappeln und tanzen. Das wird dir alles nichts helfen. Da war schon wieder dieser merkwürdige Effekt, dass ich hier gucke und auf einmal... Egal. Stimmt Treiberproblem oder irgend sowas. Wenn ich einen neuen Treiber installiere, ist das weg. Ich gucke mal, ob der Habinger auch hier hinkommen will. Der Name kommt mir so seltsam bekannt vor. Habinger. Toll. Ich hatte ihn in Reichweite, aber... Das... Den muss man haben. Das ist ein Habinger. Ah, ja. Jetzt Habinger ich den... ...den Giftfinger. Gehe ich mal ein Stückchen zur Seite. Ja, das ist gute Disziplin, auch wenn das jetzt hier bei den Gegnern vielleicht nicht so notwendig ist. Aber wenn man sich das einmal falsch angewöhnt, steht man auf einmal mitten in einem Haufen respawnender Ota und lilaner Mobs und wundert sich, warum man gerade stirbt. Ach, der Habinger. Der arme Kerl. Hat nichts mehr dran hier. Wollte ich lange da halten. Ja, komm ich wohl den blauen auch noch. So. Und, äh, dich, äh, auch noch. Sehr schön. Und dich auch noch. Komm, ich metze dich mal, dann kannst du gleich... Ja, warte, ich bring auch noch... Ich bring auch noch einen mit. Das haben wir alle einen mitgebracht. Wie lange ist der Force auf dem Gegner? Läuft auch noch über vier Minuten. Da kommt nur einer. Ja, das war der, den ich gemetzt hatte. Mein Metz hält ja nicht so wahnsinnig lange. Eventuell bräuchte ich gleich doch mal einen kleinen Heal. Also nicht, dass du jetzt in Panik verfällst oder so alles was... Innenbereich. Ja, ist natürlich klar jetzt... So gewinnt man Freunde, Brause. So gewinnt man Freunde. So, den einen hab ich aber mal hypnotisiert. Für die zehn Sekunden oder was, wie lange das hält. Ja, siehste. Hat doch genau gepasst. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Der kann dich noch hauen. Der kann dir nur nicht hinterher rennen. So. Okay, jetzt kann ich ihn lieber nehmen. Dann möchte ich mir aber doch eine Giftspritze verpassen. Oder dem gelben, da kannst du auch was verpassen. Ja. Ja, zum Beispiel. So, aber jetzt bin ich auch schon wieder frei. Und er auch. Hast du mal auf unseren Levelbalken geachtet, lohnt sich das Ganze auch? Und was wir hier treiben... Ja, es sind schon ein paar. Ist schon was dazu gekommen. Also es ist jetzt nicht alles für die Katz. Nein, nein, nein. Das ist nichts für die Katze. So. Handsitten. Ja, wieder zu den Katzen rüber. Ich muss einen ganz kleinen Moment sitzen, weil mein Mana sonst alle ist. Ja, ja. Unglaublich. Mana, mana. Wer hat denn in Midgard, wer hat denn da... Komm? Oh, das ist auch gut. Ja, mach weiter, Brause. Super Song hier. Da gibt's ja dann zwei, ne? Einmal dieses... Und da gibt's auch Mana, Mana. Ist das nicht derselbe? Ja, ja. Achso. Das ist ja das, was Moses damals gerufen hat, ne? Ja. Ja, als sie durch die Wüste gezogen sind. Ja, ja. Na, ja. Und Moses rief, na, Mana, Mana. Und der... Ja, da rief der herzurecht. Du, 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 du. So, und da wird es der Katz. Mietze, mietze Katze. Da, da ganz hinten, da auf dem... Aber ne grüne Uhr. Da sitzt... Na, ne weiße, was sehe ich da nur. Ich glaube, die ist durchsichtig. Oh, rechts ist auch noch eine. Und die ist sogar orange. Komm, wir nehmen die grüne, nehmen wir einfach... Die schleifen wir einfach mit. Ich mach mal hier den Verlangsamer auf die drauf. Dann läuft die uns jetzt einfach langsam hinterher. Und wir laufen zu der Orangenen rüber. Na, guck mal. Ich glaube, ich hab... Äh, die hatte ich schon gefunden. Hörte sich grad so an. So, wenn du gleich schließlich irgendwann Zeit hast, gib mir bitte noch einmal Force of the Deep. Dankeschön. So. Und, 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 jawoll. Ich seh die Katze nicht. Ich weiß nicht, wie das nachher auf YouTube aussieht, aber ich kann nur die Schrift sehen. Keine Katze. Ich auch. Ich auch nur. Apropos Schrift. Irgendwo konnte man auch, äh... Ging das hier in den Optionen? Die Schrift auf die alte Original. Also, die wurde ja irgendwann mal geupdatet, die Schrift. Äh... Hier unten ist noch ne Mieze Katze, ne Gelbe. Bin sofort bei dir. Snapback, Facial, Display Names, Tooltips. Ne, muss man, glaube ich, in den Charakterbildschirm ausloggen. Das mach ich jetzt aber nicht. Wo bist du denn eigentlich hingelaufen? Ja, hier unten runter. Da, wo die Katze hinter mir herkommt. Oh, oh, oh. Böse Katze. Kriegst du noch nen Bon von mir? Uff. So. Das täfst du nur doof an. Man sie mir in Brause nicht zu frieren lassen kann. Ach. Ne kleine Blume ist doch da unten. Da sag ich mal, ob sie auch mitspielt. Aber die ist... Hast du auch den Kommentar gelesen? Du solltest irgendwie, äh, als, als Hörspielstimme oder sowas auftreten? Naja, hab ich schon nicht gesagt. Hahaha. Ach. Ja, ich könnte, ich... Ich könnte aber nur als Spielstimme, weil ich ja nicht hören kann. Ja, das ist egal. Du musst ja nur, du musst ja nur, äh, sprechen und nicht hören. Ja, das weiß ich. Hahaha. Äh. Hörspiel. Es heißt zwar Hörspiel, aber... Ja. Ist genauso, als wenn man mit... Mit einem blinden... Oh, da ist ne... 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 Oh, da wird immer schlimmer hier. Das ist hier, weil hier ja neben Dark Age of Camelot auch noch das Kommunikationszentrum der Welt ist. Ach so. Telekom-Hauptquartier quasi, ne? Ja, Telekom-Hauptquartier. Aber sag mal, Dark Age of Camelot, wenn man sich hier mal so umschaut, so ganz dark, ist es hier nicht. Aha, aha. Ich glaube, wir müssen mal wieder Harbinger besuchen. Ja, der müsste inzwischen wieder da sein. Und ich gucke mal, ob wir inzwischen nach DF rein können. Ne, immer noch Hips. Was machen denn unsere RVR-Leute hier? Da müssen noch einige kompetente Gruppen unterwegs sein, die jetzt unsere Keeps zurückholen. Ja. Würde sich so gehören, ne? Ja. Außerdem sind wir doch hier in Midgard. Wir sind doch die Winner-Team-Joyner, oder nicht? Ja. Harbinger sehe ich nicht. Komm, nehm ich hier die ganzen Kleinen wieder mit. So, komm, du auch, du auch, du auch. Hier, wer will noch mal, wer hat noch nicht. So. Komm, den nimm auch noch mit. Ah, da rennt jetzt einer zu dir durch. Und ich habe alle meine Damage-Spells gerade verbraucht. Oh, oh. Klein, klitzig, klitzig, winzig kleinen, kleinen Heel. Muss nichts Großes sein. Einfach nur ein bisschen Heel. Danke. So. Äh, nix machen. Den hole ich zurück. Von hinten kommt noch einer an die, äh, was ist denn das hier so? Vielleicht noch ein Heel, wenn's genehm ist. Den einen habe ich gleich, so, äh, äh, komm, du komm ran, und du komm auch ran, so. Oh, ich zieh die mal alle ein bisschen weg. Jetzt kommt hier wenigstens auch ein bisschen Adrenalin in die Sache rein. Das war ja schon zum Einschlafen. Ja, sobald ich viele... Ja, ja, dann... Ich bin auch kein super Agro-Tank, der da... Aber wenn du wegläufst, dann wird's für mich schwerer. Achso. Ja, ich wollte nur so weit weg, dass ich auch, äh, äh, heil... Äh, so zaubern kann, ne? Ja, ja, aber der bleibt direkt dran hier dran. Also, da musst du dann entweder sprinten. Aber am besten warte es da einfach, gehst du vielleicht ein ganz kleines Stück nach hinten, dass ich dir die runternehmen kann. Und jetzt, äh, versuch dir eine da abzuhauen. Und dat, dat chait mein Hornig. So, jetzt haben wir uns, glaub ich, ein kleines Sitzbräuchchen verdient. Ja, war gut. Ja, also, der Balken, äh, der hat sich auch gefreut. Hat sich nach unserem Inventar gefreut. Ne, er meint's nicht. Habinger! Habinger ist da! Ich brech sofort meine Pause ab. Vielleicht droppt der ja auch manchmal was. Der Habinger ist da! Ja, der Habinger ist da! Der Habinger ist da! Und jetzt ist er schon wieder, legt er sich dahin, als wenn das Tier... Der hält nicht allzu lang. Ja. Als wenn das Tier gar nichts Wichtiges wäre. Ach, den einen, den machen wir auch. Komm, den schaffst du alleine, Anni, das ist ein Gelber. Das ist ein Gelber. Jetzt hätte ich gesagt, komm, brause den Haus jetzt selber rum. Ja, ich würde sagen. Siehst du das, wie ich da drauf zuschlage? Ja. Mit meinem gewaltigen Hammer? Kenn ich, erkenne ich keine Skrupe. Aber jetzt muss ich doch ganz kurz mal rasten. Auch wenn meine Mana nicht so superwichtig ist, aber wenn ich dann mal irgendwie schnell einen von dir runterkriegen muss und dann geht's nicht, dann ist es auch so. Das ist im Moment auch nichts interessantes. In greifbarer Nähe hier. Ja. Bloß die Lütten. Ja, mit meinen Bolzen, das dauert ja auch immer wieder eine Zeit lang, bis ich den überhaupt wieder... Hm. Ah. Und die Force of the Deep ist schon wieder fast alle. Ist ja kaum zu glauben. Ja, dann warte ich aber erst, bis du wieder aufstehst damit, sonst... Gut, dann mache ich jetzt einfach mal noch einen kleinen Cut. Wir sind schon wieder soweit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und Cut. D Evil. Tschüss.